Der Eurovision Song Contest läuft am 18. Mai in Malmö in Schweden und am 14. Februar ist in Hannover die ESC-Vorausscheidung. Es sind zwölf Kandidaten und meiner Meinung nach die beste Kandidatin haben wir schon hier, ja meine Damen und Herren. Hier ist Betty Dietrich, musikalisch unterstützt von Thorsten Dohle von den Cowboy on Dopes mit ihrem Hit, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, la la la. Hallo, er fuhr ein Cabrillon, wir liebten uns in dem Strom, sag wo ist der Wind? Ich würde sagen, sie haben sie schlecht betragen, ich kann es nicht verstehen, wohin sie alle gehen. Haben sie gelogen? Bin ich betrogen? Ich kann es nicht verstehen, wohin sie alle gehen. La la la, viele mal, viele mal, habe ich mich gefragt, wo sie ziehen und gehen. La la la, la 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 la, la 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 la. Jimmy war American Footballstar. Er hatte kurzes Haar, das fand ich nicht schlimm. Ich würde sagen, sie haben sie schlecht betragen, ich kann es nicht verstehen, wohin sie alle gehen. Haben sie gelogen? Bin ich betrogen? Ich kann es nicht verstehen, wohin sie alle gehen. lalala, 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 vielemal, vielemal, habe ich mich gefragt, wo sind sie nun hin, wo sind sie, ich glaub das erfährst du nie, ich brauche kein Alibi, weil ich ein Mädchen bin, kein Verdacht, Betty hat nix gemacht, guck nur nicht im Keller nach, da ist keiner drin. Lalala, 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 lalala Mein Video Ratschauer Morgen Dienstag 18 Uhr live und exklusiv auf myvideo.de